Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr Season 5 Woche 1 und zwar wo es diesen Stern gibt. Und die Karte befindet sich genau hier. Jetzt überlegt man, wo das ist und wo das ist, zeige ich euch gleich. Haut rein. So, willkommen zurück. Und zwar befindet sich der Stern bei Tomato Town genau hier oben. Ja, in dem Zuge würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked und mich abonniert. Wenn ihr weiter tägliche Herausforderungen oder wöchentliche Herausforderungen sehen wollt, einfach abonnieren. Ich bin immer aktuell und kundiglich macht mich schlau, wo es etwas gibt. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, damit ich euch helfen kann. Also wie gesagt, teilt das Video, damit eure Freunde Bescheid wissen. Hier müsste jetzt auch schon der Stern sein, hier ist er. Teilt das Video und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.